Okay, Leute, wir sind wieder back. Der war von Luciano, legt da mal ein Kripp, was er auf dem Prepbeat bei der deutschen Nationalenherde. Was für Atlas? Yeah, yeah, Krippflex, yeah. Einigkeit und Rechte, Mann, guck, 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 guck. Digga, warum würden wir das so lange? Erdrenke schießen können. Oh, das gestört, wie der drimmeln kann. Ja, ja, ja. Gabri? Nein, Digga, ich habe ihn noch so schlecht geredet. Ja, ja. Ich habe ihn noch so schlecht geredet. Sehr schön. Und ich glaube, dass das Spiel fällt das erste Tor. Sehr schön. Leute, wen wollt ihr machen als Geerteschaft? Wen müssen wir spielen? Marokko, wenn wir Zweiter werden? Marokko. Marokko, tschüss. Das ist Axel. Axel ist vorhin besagter Schettel, der heute bei 100 Followern einmal FIFA rausschallert. Sei. Einzig, einzig, einzig haben wir. Ja, wir haben schon alles offen. Wer spielt besser FIFA? Jona oder Mila? Ja, wo? Oh, Raum, einig. Ah! Rüdiger! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Junge, was hat Deutschland da gemacht? Richtiges Kollektivversagen. Raum hat vorhin schon den Fehlpass da hinten hingespielt. Ja. Oh mein Gott, das hätte sowas als anders. Oh, Junge, was macht? Oh, Rüdiger! Oh Gott. Oh, der hat er doch gehalten. Ey, Junge, zumindest so. Sehr geil. Ich finde den so nice, das kannst du immer wieder sagen. Sehr geil. Nein! Tatsache 2 ins Japan, das gibt's jetzt nicht. Das gibt's jetzt nicht. Deutschland ist raus. Geh doch rein, Mann! Paul, Paul. Er muss da rein! Paul, Paul. Gein! Du kannst nur... Oh, Junge. Oh, Raum. RIP. Oh, nicht. Oh, mein Gott! Leute, was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Oh mein Gott! Was passiert hier? Ähm... Falls Deutschland tatsächlich schon... Leg ihn fährt! Oh! 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 Junge, mach ihn doch rein! Muss ja... Irgendwer will, dass muss jeder kein Tor schießen. Wirklich. Das ist hier höhere Gewalt. Das kann nicht... Scheiße! Ich glaube, meine Schulter ist raus. Ich bin egal. Deutschland ist auch raus. Oh, ich hab mich entkabelt, glaube ich. Ja! Oh! 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 Ja! 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 Geil Mann! Ja! Haha! Hahaha! Geil Mann! Ja, ist das, Reihigkeit für Deutschland. Ich habe so abgehattet über Kai Haber, hast du denn gemacht einen Doppelpack? Jo, Luque! Yes! Luque, Luque, Luque! Gutes Interview, so ehrlich im Müller-Style. Ja, gut. Also ich hätte lieber gute Spiele und schlechte Interviews als schlechte Spiele und gute Interviews. Ich bin schon gegenüber der Spanier. Oh, falls das mein letztes Spiel für Deutschland gewesen sein sollte, nach Thomas Müller. Oha, Leitrücktritt, Leitrücktritt von Thomas Müller. Falls. Nein, er verabschiedet sich schon. Ein. Ich habe gesagt, er könnte. Man, der vielleicht nicht mehr nominiert wird. Nein, weil er von sich aus zurücktritt. Nein, das hätte ich doch nicht nominiert. Sonst hätte ich einfach was. Junge Kai Haber, hättest du vielleicht im ersten Spiel, gab man nicht so eine absolute Dreckscheiße gespielt, dann würdest du jetzt nicht in dieser Situation sein und hier ein enttäuschendes Interview führen müssen. Ganz ehrlich, nur bei der heute zwei Tore gemacht hat, denkt er jetzt, der kann sich da hinstellen und den Dicken machen. Niklas Sammer muss auf rechts. Bist du, der wäre auch schneller als Klostermann, Süle, Kera, Kimmich, alle zusammen. Der ist ja auch schneller als Christian Ronaldo. Bist du, der ist ja auch schneller als Klostermann, Süle, Klostermann, Süle, Klostermann, Süle, Klostermann, Süle, Klostermann, Süle. Der ist ja geboren. Der ist ein schwedischer Fußballspieler. Ich bin nicht mehr so sauer. Es ist enttäuschend. Jungs, ich muss sagen, es macht einfach Ultraspaß, eure Links zu schauen, wer in einem Spiel macht. Das ist einfach Ultraspaß. Ich wollte einfach mal Danke sagen. Danke, Süle. Danke dir. Sehr, sehr, sehr geil. Das sind Kreisliga, ne? Ja. Kreisliga. Hallo, also was ist jetzt vielleicht? 500. Ich hoffe, das ist gut. Bei 500 Followern? Okay, wir haben das jetzt hier auf Video, ne? Also, das ist jetzt safe. Bei 500 gibt es die passende Konsole. Leute, Sonntagabend in der Winninggang gucken. Ja, Freunde, ich muss morgen Abend tanzen gehen. Wie gesagt, Jona, Milan, war cool, dass ihr dabei wart. Lasst gerne ein Like da, folgt dem Kanal, YouTube, Twitch, TikTok, Instagram, alles. Okay, jetzt. Neue. Ciao. Guten Abend. Vielen Dank. Vielen Dank.